Hallo liebe Ritterfans, ich melde mich hier aus der Isolation. Ich war auf Lesetour, die ja noch stattgefunden hat. Das war in einer Zeit vor unserem Land, jetzigen Land. Jetzt sitze ich hier auf dem Berg im Wald und habe einen kleinen Tourfilm geschnitten mit schönen Fotos und Eindrücken aus dieser kleinen Tour. Es war toll. Ich habe ganz viel gelernt, es hat Spaß gemacht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und auch viele alte Freunde wiedergesehen. Es war natürlich auch emotional und jetzt hat sich alles verändert auf dieser Welt. Mal sehen, wie es weitergeht. Bleibt gesund, bleibt stabil und wir sehen uns. Michael hätte gesagt, I love you. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.